Alphi Alastia FC, Alter, was für ein Ding, Alphi Salih Ah, dein Logo erinnert mich irgendwie an, weiß ich nicht, an Mausbots oder so Ja, gell? Auf den ersten Blick Hä, wieso ist mein Mannschaftsname noch Erling City, lol? Ja, bei mir doch auch, komm mal unten Ja, bei mir auch FC, FC, äh, wie heißt Ich kann dich mal weiter drücken, drückst du? Einfach nur einmal A drücken Geht nix Guck mal, ob du nach rechts gehen kannst, irgendwie auf dich und auf dein Ding und dann A drücken Oder drück mal in die Enter-Taste Ich habe jetzt, glaub ich, irgendwas gedrückt Ähm, was witzig ist, ich kann irgendwie meinen Controller nicht benutzen Loll Hahahaha Hast du davor immer mit der Maus und Tastatur gesteuert? Ähm, ganz kurz nur Ja, wenn nicht, guck mal, dass du vielleicht nochmal deinen Controller einmal ausmachst Batterie raus und nochmal neu rein und anmachen Ja Na warte Ja 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 Aber deine Bewertung ist trotzdem ziemlich hoch Gegensatz zu meiner Du hast 20 Punkte mehr Ah, ich wollte schon sagen, jetzt hier geht's Was machen wir? Backhead Zika Backhead Und du machst Brasselianer Oder was will ich machen? Ja komm, das Trikot sieht beschissen aus das Gelbe, dann lass mich in Rot spielen Und ich drücke einfach auch noch spielen, Alter Äh, die Musik ist ja immer schwul Ah, jetzt kommt's bei dir, Stugi-Town Bei dir steht Rotterdam-Town, Rotterham-Town Ja, oben, aber unten stand's bei mir in der Mitte dran Okay, das hab ich jetzt nicht gesehen Stugi-Town Weil oben steht auch dein normaler Name So bescheuert, Alter Warum übernimmst du's nicht gleich richtig? Frank Buschmann Der Typ ist geil, Mann Ich schlag dir drauf So Ja, schau mal vor, du könntest ja deinen eigenen Spieler machen Und dann per Face... äh, wie heißt's? Per... Facewarp Facecam Ja, der Facecam Da ist dein Gesicht drauf, oh mein Gott Ja, Mann Das wär richtig Fail Wenn nicht wissen, wie viele da wieder Schwanzbilder hochladen würden Alter, wie seine Augen glänzen, siehst du das? Ich seh die Spieler grad von hinten Ich... den einen schwarzen von vorne Der bei mir sogar war Glaub ich Verstellt er, dauert es dann immer lange Nee, geht nicht Jetzt hat's grad die Aufstellung angezeigt, jetzt geht's los Beide Mannschaften sind bereit, es geht los Ja, typisch Bayern, Alter, erstmal nach hinten spielen Bisschen laufen lassen Hast du schon gesehen, wie ich da rumgeschubst hab? Und Remy Alter Oh, Alter Der war böse Der war böse Der war böse Das war nix Komm Der war böse Komm, das war doch nix Guck's dir an Alter, guck dir mal wie böse Guck mal, der ist gestolpert Das hat man gesehen Wie der geflogen ist Alter Oh je, das sah gegen ein paar rote Karten Alter, ist die Sicht hässlich? Nee, oder? Ja Ich sag ja, so Elfmeterschießen und sowas Hab ich vorhin mal kurz getestet Alter, ey, ich komm damit gar nicht klar Wird's jetzt gefährlich? Nein, es wird nicht gefährlich Das war sauber, er holt sich den Ball Alter Alter, aber meine Spieler wechseln nicht so wie ich will Jetzt wird's gefährlich Das war sauber, er holt sich den Ball Ja, was geht ab? Ja, Mann! Alter, wie du meinen weggeteckelt hast Jetzt schießt er Ohhhh Oh, meiner ist gut weggeflogen, Alter Chance erstmal vorbei Der Spieler ist dazwischengegangen Mit geklärt am Bein All das macht der Kurz nicht konzentriert genug Und schon ist die Kugel weg Ist halt, wenn Deutsche und Franzosen zusammen machen wollen Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler Ja, was? Ja, was? Voll der Fail Alles klar Jago Falquet geht's hier schon so los Er passt ihn auf den Flügel Schöne Flanke Der Abwehrspieler ist da, Flanke abgefangen Nein Ja, klar Er passt einfach mal zu deinem Levelmasch ist ein Lupfer Alter Ähm, mit Was war das nochmal? Irgendwas mit Y, glaub Das waren zwei Tasten Ja klar, ich kann nicht mal einen Pass machen Er versucht's Ganz wichtig Alter, der Torwart heißt Tyson Meiner Ja man, Tyson Da steht er gut Er kann dazwischen gehen Und Hazard Könnt was draus werden Gute Flanke Noch besser aber die Abwehrarbeit Ja, passt immer schön zum Gegner Ja Jago Falquet Sie suchen das Loch in der Abwehr Flanke kommt, wird das ne Chance Alter, warum kommt da keiner hin? Da war sicher mehr drin Die Gelegenheit Super Flanke Schieber Alter Was ist los, Mann Heißen Der war aber schön Wer war daneben Die Chance zur Führung Alter, was war's für'n Schuss Keine große Mühe hier Bei diesem ungefährlichen Ball Jetzt haben sie den Ball verloren Alter, ist der verletzt oder warum wird da oben rot angezeigt? Nein, da siehst du den Ausdauerbalken Alter, der ist ja schon rot Ja, der ist immer rot Je leerer das Ding wird, da siehst du nachher nur noch am Randonakt Deswegen Ja, super Den Chase-Sprung hat er die Flanke voll verkackt Das ist die Möglichkeit Das ist die Möglichkeit Und jetzt ist der Ball Alter, das ist ja so typisch auf B-Spieler, gell? Ne, aber bis jetzt das Lustige musste ich immer voll abziehen, damit er überhaupt mal den Ball leicht hoch zieht und der mal mit ein bisschen Kraft ins Tor fliegt und der zieht das Ding komplett hoch Aber ich bin es jetzt noch nicht einmal geschafft Aber jetzt ist das mal voll abgezogen und der ging gerade so auf Kopf früher Der Ball kommt gut Da kommt er hin und er faustet den Ball weg Alter, ich habe vollen Bug gerade gehabt Jep, ich habe auch Legs gehabt Meinst du Bugs oder Legs? Äh, Legs Na, Leg bis bei beiden, wenn es Übertragungsfehler gibt Und da gibt's jetzt den Einwurf Ja, mein bester Spieler ist vorne im Mittelfeld Ein 68er oder so Ein 88er Spieler, glaube ich, habe ich einen Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball Jetzt könnte's gefährlich werden Jetzt die Flanke Er köpft ihn Das macht er gut, den Ball hält er fest Ja Diago Falquet Diago Falquet Er rennt aber auch wie so eine Falke Gefährliche Flanke Alter, was ist das? Ja, Schieber ist sogar ein deutscher Spieler Meine Fresse Nee Kass ist mit Ecken, ey Schuss! Gut gemacht, dem Ball hat der Torwart sicher Zu blöd, um den Ball anzunehmen Jetzt wär Zeit für eine Flanke Die Flanke kommt gut rein Schieber! Alter, was war das? Hast du das gesehen? Ja, Rückwärts hier Nee, die zwei Spiele da Ich dachte, das war Kopfball Mann, nur der eine hat Rückwärts hier gemacht Guckst dir an, Alter Der ist zu blöd Der schmeißt sich hin beim Pass Sehr gut reingespielt Der Ball ist weg Da kam die Flanke nicht gut rein Und er schießt Boah, Alter Das war knapp Pfosten, Alter Geht das Ding jetzt vielleicht auch mal von meinem Tor wieder weg Ohne dass ein Spieler... Ja, faul Richtig, dass er hier faul Das war ein Faul Ramirez Sextian Steckt mich immer, scheiße, Alter Gutes Spiel Tust du wechseln oder so? Nö Rück das mal gleich weg Anpfiff zur zweiten Hälfte Sieht auf jeden Fall mal ausgeglichen aus als so, wenn wir mal FIFA 14 gespielt haben Ja Mit dem Ball am Fuß Richtung... Alter, das war ein Faul Das geht meist aus Gelb War keine Gelb Nein Mann, Schwein Doch Scheiße Und für dieses Faulspiel wird er verwarnt Okay Die Gelbe kann man geben Wenn er da so reingeht Dann muss er damit rechnen Dass er zurückgepiffen wird Alter, voll hinten rein Scheiße Mit viel Risiko, zu viel Risiko Kam das bei dir auch? Ne Okay Pfff, alter Grabe Der wär schön gewesen Ja okay, der war ja genau auf den Vorwart geschossen Kopfballschance Jetzt schießt er! Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken Ball schon wieder weg, gut gemacht Ja und der Torwart rennt nicht hin Ach, Abstoß, lol Ich dachte, das war ich Und hier nochmal die Wiederholung auch für sie zuhause, liebe Zuschauer Dacht sauber, so einen schwachen Schuss kann der nicht mal machen Aber der Schiedsrichter liegt hier völlig richtig gelb zu ziehen Gelbe Karte, Spielverzögerung Gut in den Lauf gespielt Ja, und er läuft einfach dran vorbei, Alter So wie meiner Na ja, erstmal voll reinkommen mit diesen Kackspielern Lol Alter, was hab ich da gemacht? Ja, deswegen hab ich auch grad lasch geschossen, weil sowas ist mies Beide Teutern Alter, der hat mich geblockt Leute, ich mach nen Pass auf meinen Nebenspieler, Alter Und der lupft den raus, was soll denn das? Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal nen Zug zum Tor Schieber Alter Der war knapp Der Torwart, Alter, der hat nie mal was gemacht Doch, der hat ihn ja getroffen Ja, guck mal Was hat er gemacht? Gar nichts So, und hier Mit der Faust kann er hier retten Und nun ein Schuss Oh Gottchen Fast die Führung Fast die Führung, hat er bei mir gesagt Naja, das wär fast die Führung gewesen Griffo Klasse Technik Jetzt wird's gefährlich Ja, wie du meine wegtecknest, Alter Ballbesitz ist weg, jetzt müssen die dranbleiben Abwehr hat aufgepasst Schiebe Alter Alter, das gibt Rot Ja, das wär sonst ein Tor gewesen Ja, das ist Rot Was, nur gelb? Ah doch Ich wollt schon sagen Kapitän sogar Scheißegal Warte, ich will das mal sehen Alter, voll Alter, wieder geflogen Wie so ein Kind Richtig mit seiner Einschätzung Wie sei der erzählt mir hinten, mein Mann Haben wir vorhin mal einen einzigen Abwehrspieler Das gibt jetzt Abstoß Ich weiß nicht mal wie man Freistöße schießt Hier nochmal die Wiederholung Sowas weiß ich auch alles, ne? Unprofessionell, da musst du dir doch keine rote Karte abholen Kannst du dir als Profi nicht erlauben, du hast ja eine Vorbildfunktion Naja Das sind ja die Sprüche wie damals Die Sprüche haben sie ja schon damals gesagt Naja Wir können ja auch nicht jedes Mal komplett was Neues machen Und er gewinnt den Zweikampf Remi am Ball Aaaaah Der war mies Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren Kaschakov Hinten stehen sie kompakt Aber kommen sie jetzt vielleicht durch So, hier haben wir eine Einblendung Zeigt uns die Da schießt er! Alter! Nein! Elfmeter! Nein! Nein! Das will ich sehen Was war denn der Elfmeter bitte? Da ist viel Druck Ja, du hast heute Spieler voll weggehauen Guck dir an Oh mein Oh, übel! Ey, ne Ich grins nicht so hässlich, du Schwuchtel-Torwart Nein! Alter, das ist so mies Elfmeter zu schießen, alter Das hat er erwartungsgemäß erledigt Ja, ich weiß nicht wie ich springe oder so Ja, das wusste ich beim alten ja auch nicht Ich konnte keinen Elfmeter halten Deswegen, ich muss mir ja auch mal diese Elfmeter Tutorials angucken Und jetzt endlich offensiver Das erste Tor ist gefallen Es hat ein bisschen gedauert heute Jetzt könnte es gefährlich werden Oh meine Fresse, alter Zweimal schon Metall, ey Du hast echt so rotz, alter Echt So typisch, wenn Bayern verliert so eine Spiele Ja, komm Ja, deswegen mach ich ihn nicht, das ist mies Naja, aber das ist so behindert Ich sehe noch den Spieler noch Zieh komplett nach links rüber Zum passen Und der spielt dann nach vorne Das verstehe ich immer nicht Das war doch Hand, alter Ja UH Uh, 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 uh Merk Ach, der hatte schon gelb Das muss ja doch besser aufpassen Alter, schweige alltid Alter Ja, okay, aber das war auch minimal berührt eine Herausforderung Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Ich habe keine Möglichkeiten, du Arsch. Ich muss ein Tor schießen. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Jetzt, Remy. Klar, gibt Einwurf. Alter, mach hin. Ja, wo macht der das hin, Alter? Einwurf zum Gegner. Jetzt der Schuss. Gut gemacht vom Torhüter. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Das ist jetzt seine Chance. Guck mal, wie schnell deine Spieler sind, Alter. Der rennt weg mit dem Ball, Alter. Alter. Alter, und was war das? Hast du jetzt gesehen, wie der vorbeigeflogen ist? Wie der vorbeigesprungen. Oh, Alter. Alter, das gibt eine fette Gelbe, Alter. Ey, das gibt es doch nicht. Da trennt er ihn vom Ball. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Könnte doch noch einmal spannend werden. Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den Abpfiff. Das könnte die Chance werden. Jetzt muss der Wechsel kommen. Er scheint müde zu sein. Das war eine richtige... Ey, komm, Alter. Deine Spieler sind so schnell, da kommst du nicht weg von denen. Die rennen ja mit Ball schneller als meine ohne. Alles klar, fassen wir uns aus. Der dreht Sterne Gelbe. Ja, war klar, dass hier noch was nahe kommt. Der Spieler sieht zurecht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Nein. Ja, war der Wixer. So, ein Rotzerstuhl. Ey, wenn du so unfair spielst. Aber das war ja zweifelsohne nicht die letzte Begegnung der beiden. Dann noch ein Game bevor du aufgehst. Ja, das sowieso. Ja. Und wie viel Münzen hast du verdient? Äh, 400 oder so, glaube ich. Ich glaube, 406. Da ist er, da ist mit einer meiner besten Spieler, den ich jetzt raushauen darf. Warte, warte kurz, bevor du mich einlädst. Bist du schon fertig wieder? Ja. Warte bitte kurz. Nein, leider mache ich zumindest schon mal. Du musst Mannschaft umstellen, oder was? Nee, durch das Ding jetzt habe ich, äh, Karten gekriegt. Was, Karten? Ja, so ein Set, Silberset habe ich gekriegt. So? Ich spiele ein Spiel. Das erste. Wenn du auf Manageraufgaben gehst, bei Foodzentrale. Naja. Auszeit. Ich habe bei mir nichts, wo ich abholen kann. Oder? Doch, 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 doch. Eigentlich schon. So, boah, ich kriege dreimal Fitness. Na, sowas habe ich auch gekriegt. Kann ich? Moment. Ich komme. Ja, jetzt tu. Hast du Einladung? Loll, wird die Mannschaft mit Spiel zu Spiel besser? Äh, keine Ahnung. War da vor auf 49, jetzt bin ich auf 51. Ach nee, stimmt, ich muss da einen anderen Spieler reinmachen. Voll der Japaner, Alter. Alter, deine Mannschaft, Alter, hat viereinhalb Sterne. Äh, dreieinhalb Sterne. Ist bei zweieinhalb. Drei Punkte, Rückstand, Bougie, heute zählt nur ein Sieg. Absolut, Sie müssen hier gleich Vollgas geben, das ist klar. Dein Hazard ist gut, den hätte ich gerne. Ist ein Goldspieler, gell? Äh, ich glaube, ja. Hast du aber auch schon einen, oder? Ja, zwei, drei, sogar vier oder so. Äh, ich habe nur, ja, zwei Stück, hab ich glaube. Und einer von denen ist jetzt gesperrt. Stark gemacht, das könnte was werden. Oh, nein, Alter. Kerstakoff, da passt der Torhüter auf. Es gibt Ecke. Alter, was, bist du dir am Tor? Nein, der läuft ja halb ins Tor rein. Alter. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Der am Tor, der hat ein bisschen randaliert, oder? Er nimmt ihm den Ball ab. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Das könnte gefährlich werden. Ja, und er rennt einfach mal durch zwei Spieler durch, Alter. Sehr gut reingespielt. Und das ist ein Ball für einen Torhüter, gar kein Problem. Wirkt dir die Ballernahme an, Hammer. Geblockt vom Verteidiger. Das wird hier Ecke geben. Super, Flanke verändern, da war eine Ecke. Das Ding hat er jetzt super gehalten, wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Das war nicht einfach klasse, wie der Keeper da reagiert. Kerstakoff. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nee, aus der Chance wird doch nix. Nee, aus der Chance wird doch nix. Ab und zu kommen die gleiche Unsagen bei uns. Den spielt er steil. Sehr guter Einsatz. Job extra, Ella, und deiner kommt genau perfekt an dir laufen. Alter, voll der Kretschen, Mann, heute wisch. Jetzt müssen sie aufpassen. Immer in dem Spiel, siehst du ja, und so normal komme ich an deine Spieler nicht ran. Jetzt die Flanke. Gute Flanke, noch besser, aber die Abwehrarbeit. Alter, Fuss. Und er schießt. Defensiv machen sie es gut. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Hazard. Jetzt wird es gefährlich. Und die Chance. Alter, ich schieße doch fast ein Tor und der macht ihn wieder als erstes, der Wichser. Meine Fresse. Wie der Bildschirm dann immer wackelt, gell? Das ist nicht so mies. Meine Fresse, Alter. Mit ner unterlegenen Mannschaft. Ja, dein Hazard. Ich hab gesagt, ich will dein Hazard. Das ist dein bester Spieler. Ja, ist er auch. Mein Sturm ist kacke. Der hinten an der Abwehr, der hat zwei Punkte weniger. Muldhaub. Ich glaub, ein 86er und ein 88er Spieler sind wir. Mit dem Ball am Fuss, Richtung Gegner durchs Tor. Oh, da kam die Flanke rein, aber es ist keiner da. Ja, komm, Alter. Meine Spieler stehen selber so weit hinten. Wo soll ich denn da zu einem hinpassen? Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Martial. Der Pass spielt ja gut. Schieber. Da ist der Torwart da gut gemacht. Kerzakow. Da ist der Ball weg. Gut geklärt, aber Einwurf. Aber deine Spieler sind um einige schneller, das merke ich. Komm vor den nicht weg. Kerzakow. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Die Flanke von Hazard. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Martial. Jetzt könnte es gefährlich werden. Alter, ich habe geschossen. Ja, da muss ich schon mal ein, zwei Schritte schon weiter vorher schießen. Das habe ich ja am FIFA 14 auch gehasst. Machen die teilweise noch drei oder vier Schritte, bis die dann echt mal schießen. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Der hat fest... Oh, der schießt! Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Cool. Exklus also. Er zieht ab. Alter. Alter, ich will die Arschen. Geil. Der zieht mich hier voll ab, Alter. Wie heißt der? Extra Guren? Ja. Was? Extra Guren? Ja, Mann. Extra Guren oder was weiß ich, Alter. B Guren. So ein Pisser, Alter. Und ich habe hier die geilsten Chancen, Alter. Und der macht jede Chancen rein. Da trennt er ihn fair vom Ball. Alter. Da will ich dann den Ball. Nein. Ich weiß nicht, mit dem in die Mitte Flanken hat es sonst eigentlich auch immer gut geklappt. Aber in dem Spiel, ich kriege keine Flanke richtig vor das Tor. Weil ich ziehe extra immer nach hinten, dass er weiter nach hinten fliegt und er schießt immer genau vor das Tor. Da haben wir zu Fernschüssen bei dir echt bessere Chancen. Ah, wie er nachmacht, hä? Aber wir kratzen nicht so. Ey, das war Glück, Alter. Ich habe einfach abgezogen und er stand wenigstens an der richtigen Stelle. Da war eine Armee, der gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Greffaut. Kershackhoff. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Die Nachspielzeit läuft. Ja, der Schiedsrichter hat mich geblockt. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Mein Spieler ist am Ball und der Torwart hechtet dran vorbei. Und holt das Ding weg. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. 45 Minuten sind Romisch. Ah, Trickspenner. Ey, komm, das war ein faires Spiel. Keine Fouls. Ja, war übel Lack, Alter. Es kann weitergehen. Ach, scheiße, war das Halbzeit. Oh, du läufst mit deinem Spiel auch nur in mich rein, Alter. Remy, den Ball hält er. Oh, du läufst mit deinem Spiel auch nur in die Abwehr. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Ja, ey. Remy am Ball. Das könnte der Gelegenheit werden. Schuss. Kannst du nicht die Chance, aber vorbei. Bei dir komme ich dann durch deine Viererkette eh nicht durchgelaufen. Geh auch von da hinten schießen. Und den Ball hat er sich geholt. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht von den Bataillischen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Wird das seine Torchance? Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Das wird nicht gefährlich. Die Flanke war einfach nicht gut genug. Dann hat er den Ball noch richtig erwischt. Das wird gefährlich. Noch lebt die Chance. Alter, komm, wie oft noch, Alter. Ich habe fünfmal geschossen und jedes Mal mal einen Fuß dazwischen, Alter. Das war einmal fast zu viel. Kein Problem. Er holt sich den Ball. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff. Da gewinnt er den Zweikampf. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Der war jetzt mies. Aber an deinen Spieler kommt man nicht dran, Alter. Der Remi ist auch übel schnell. Ist dir das aufgefallen? Ja, der rennt doch sogar mit Ballformeln-Spielern weg, Alter. Das ist, da muss ich mal die Schnelligkeitswerte mal angucken, Alter. Das ist übel. Pervers. Übel. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Ramirez. Kersharkov. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Oh, und er gewinnt den Zweikampf. Alter, du läufst eigentlich nur meine Spieler rein, Alter, und hast jeden Ball. Ja, ich tue schon angreifen mit X. Gute Möglichkeit. Sie bieten sich an. Geht er rein. Alter. Das machte Torwart gut. Den Ball hat er. Ja. Der Angriff ist erst mal vorbei. Sie verlieren den Ball. Und jetzt die Chance. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Nein, ey, das war Foul. Das war ein Foul. Alter. Er scheitert auf Freistoß und das ist eine gute Position. Achtung, der Spiel geht schon weiter. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Vielleicht jetzt. Schieber. Ey, der Schieber, der kotzt mich an, Alter. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Da trennt er ihn vom Ball. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden wir eine Lücke. Was ist das, Alter? Ich spiel den Pass rechts rüber, Alter. Und der passt ins Aus, Alter. Meine Fresse, Alter. Kannst nicht sein. Aber ich komm hinten, Alter. Ich hab hinten keine zwei Meter frei, um einfach mal schießen zu können, richtig. Du rennst mit deinem Spieler mal einfach durch, Alter. Das regt mich voll auf. Souverän, er hat den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Er hat den Ball. Gutes Tackling. Martial. Er sieht müde aus. Vielleicht wäre jetzt ein Wechsel sinnvoll. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg. Auf jeden Fall verdient. Da steht man fest. Ja, sie geben alle. Den Ball hat er. Ganz so weit. Kein Zweifel, das ist Freistoß. LOL. Ich hab da mal einen Engelspieler umgehauen. Nee, dein Spieler ist in meinen reingelaufen und irgendwie zählt's aber als Foul von meinem. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Aber mein Spieler stand genau zwischen deinem und Torwart. Jetzt ganz gefährlich werden. Und er schießt. Tolle Aktion vom Torwart. Puh. Alter, immer deine letzten zwei Mann-Mutter stehen, Alter. Ich würde mal gerne noch ein paar Schritte weiterlaufen, aber die stehen immer vor mir. Du kommst nicht vorbei. Er zieht ab. Das wäre noch die Chance da. Keiner war mehr dran. Abstoß. Hm. Ja, genau. Alter. Sehr guter Einsatz. Martial. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Das könnte der Gelegenheit werden. Muss ein Wurf geben. Alter, komm ein Tor, Mann. Na, der in einer Spieler ist auch schon erschöpft. Alter, der müsste gleich einen Krampf kriegen beim Laufen. Er bekommt Hilfe. Jetzt schießt er. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ja. Hast du es gesehen? Ja. Ja, Mann. Wie ich dich weggenockt habe. Ich würde beim Spieler hin, Alter. Und der nockt den weg, Alter. Ich würde das Sieg ja noch mehr Ruhe reinbringen. Warte. Ach, schade. Hast du es weggemacht. Nachspielzeit. Nein. Drei Minuten. Ah, ich habe wieder verloren. Ja, lol. Ich passe, Alter. Und raus. Ja, guck mal, wie langsam meine Spieler jetzt schon extra laufen, Alter. Was ist denn das für den Rang? Über die Ziele kommen, Alter. Zeitverzögera. Ja. Hilft da einen zum Ball laufen, Alter. Und wirft dann deinem Spieler den Ball zu. Was war das, Alter? Wieso geht da kein Eintal? Ja, meiner war dazwischen. Das war das knappe Ergebnis. Hier zwei Eins am Ende. Protzer. Aber ein gutes Spiel. Hat doch Spaß gemacht. Ja. Und was kriege ich jetzt? Ja, 463. Lieferpoint. Was? Entweder.